Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Radtour der Märkischen Allgemeinen Zeitung. Wir befinden uns jetzt hier in Brandenburg, dem Ausgangspunkt der Tour rund um den Betsee. Hinter uns sehen wir den Dom. Das ist eines der Highlights auf der Tour. Es werden aber noch viele weitere Folgen. Bis zum nächsten Mal. Wir befinden uns jetzt, wenn man so wochenlang alleine im Sattel sitzt wie in der Pairerie, dann kann die Sprache schon mal ein bisschen einrosten. Wir befinden uns jetzt hier oben auf dem Barguer Mühlenberg, einem der Höhepunkte der Tour, im wahrsten Sinne des Wortes, denn es ist der höchste Punkt. Und man hat von hier oben eine sehr, sehr schöne Aussicht im Fahrplan. Wir befinden uns jetzt hier oben ins Bahnhof und im Rahmen zum Frühstanz. Es ist hier oben und in der Windp일� hier oben eröffnet. Wir befinden uns hier oben um den Betsee. Wir befinden uns jetzt hier oben in99-1799, die Höhepunkt 10 wird besitzen. Wir befinden uns jetzt hier oben auf den Betsee. Wir befinden uns hier oben mal auf der Faden und sich hier oben da ein Nederländern zu messen. Bis zum nächsten Mal.